Prero Gamer, was ist mit dir denn schief? Wer bist du, dass du so reden darfst? Arschloch. So. So, wo gehen wir runter? Bootscamp? Nee. Bootcamp? Nee, Bootcamp. Bootcamp wahrscheinlich. Weil Boot heißt ja nicht, also weißt du Bescheid. Ja, Prero Gaming aber bitte vom Stream entfernen. Der kleine Pisser sollte dringend ins Bett gehen. Am besten gleich den ganzen PC aus dem Zimmer rausnehmen. Oder das Handy. Das Traurige ist, durchs Handy gibt es halt leider heutzutage echt viele Leute, die Zugang zum Internet bekommen, denen man das verwehren sollte. Das ist genauso wie in Amerika durch die offenen Waffengesetze viele Leute Zugang zu Waffen haben, die keinen Zugang zu Waffen haben sollten. Ja. Siehst du, genau deswegen sind freie Gesetze oder solche Gesetze einfach scheiße. Ich sehe schon wieder die komische Uhr da links, da ist doch schon wieder Netzwerkunterbrechung hier. Ich kotze, Alter. Wenn der jetzt wieder so rubspackt ist als die letzte Runde vorhin, dann habe ich keinen Bock mehr. Und dann scheiße ich der Telekom vor das Hauptquartier in Bonn. Da fahre ich da extra hin und dann kacke ich den da fett vor die Nüsse. Ohne Scheiß. Ah, das ist so scary. Hier ist gar keiner mit abgesprungen wieder oder was? Kann ja gar nicht. Da muss doch irgendwo einer sein. Kann doch nicht sein, dass wir schon wieder alleine sind. Oh. Geil, die neue Mutant. Die nehme ich mit. Das gefällt mir. Ah, ich habe die Steamohrfläche angemacht. Hilfe. Okay, die kann man nur einzeln machen und die hier ist aber Dauerfeuer. Alles klar. Es kann doch nicht sein, dass hier schon wieder keiner mit abgesprungen ist. Man, das ist doch mitten in der Flugroute gewesen. Kann doch nicht sein, dass ich... Oder kann das sein? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendeinen Hotspot verpasst, wo man hätte runterspringen sollen? Wahrscheinlich diese komische Ruinen, ne? Aber hier ist doch... Ich habe nicht darauf geachtet, leider ob hier einer mit runtergesprungen ist. Weil ich dumm bin. Bisschen. Äh, stupido! Ach, hier ist Wasser. Ne, ich hab echt keine Ahnung, ob hier jemand ist. Scheinbar. Ich hör mal Steps, wo keine sind, Mann. Das macht mich psychologisch fertig. Guck, in dem Ding da oben sind meistens Scopes drin, ne? Wir können mal gucken. Das kann natürlich auch sein, dass man gegen... Ach, es gibt ja jetzt ein Ranked-System, stimmt. Das habt ihr ja vorhin schon mal gesagt, ne? Ja, siehst du, ein Scope, sag ich doch. Das kann natürlich sein, dass man jetzt gegen Naps spielt. Das ist eine gute... Aber ist das Spielsystem... Also ist das System, das Matchmaking-System von PUBG so schlau, dass er das merkt? Ich meine, das ist PUBG, ne? Versteh das bitte. Das ist nicht irgend so ein Game. So ein Spiel, was entwickelt wurde, um zu laufen. Das ist halt PUBG. Ich meine, wenn der Entwickler schon eine... Eine... Dinges macht. Eine Kampagne, die heißt Fix PUBG. Da weißt du, wie es um das Spiel steht. Technisch gesehen. Da vorne ist einer gerannt. Ich hab's genau gesehen. Und den fick ich jetzt. Brudi, ich geb dem jetzt. Habibi, für die Community. Komm schon, du alter Torfkopf. Zeig dich. Ich will dich sehen. Was ist denn der jetzt? Ist er wieder weg. Jetzt suchen wir den wieder eine halbe Stunde. Dann geht die Folge wieder so... Dann passiert wieder nix. Das ist mir zu blöd. Ja, so ein bisschen, ich hoffe, dass er hier gleich noch hin will. Er ist jetzt weitergerannt da vorne, Alter. Das kannst du doch keinem erzählen, oder? Nee, ist er nicht. Wenn ich jetzt gegen den gestorben wäre, hätte ich nie wieder PUBG gespielt. Ich schwör auf meine Eichel. Nie wieder hätte ich das Spiel angerührt. Okay, das muss aber wirklich... Sind das Bots oder sowas? Das kann ja gar nicht sein, Alter. Die sind ja mega, mega low. Da hätte ich eigentlich schon längst einen Chicken-Dinner holen müssen. Das ist ja jetzt... Jetzt frustriert mich das noch mehr. Okay, einmal nachladen. Einmal kurz den Energy ballern. Okay. Hä, die Muten ist nicht scheiße. Ich find die gut. Ist eigentlich ne... Ganz nice Waffe. Da vorne ist ja auch noch irgendwo eine gewesen, ne? Den hab ich da vorhin über den Zaun jumpen gesehen. Ich hör mal Steps, wo keine sind. Warum? Warum ist das so? Dann bleiben wir kurz bei der Waffe hier. Weil die einfach schneller gezogen ist, wenn wir hier jetzt noch irgendwie Überraschungsbesuch kriegen. Hier war vorhin noch einer. Aber ob der da noch ist? Glaub ich nicht. Ne. Das schaut jetzt nicht so aus, gell? Okay, wahrscheinlich, wenn ich ihm jetzt den Rücken zudrehe, ist er hier gleich irgendwo, ne? Kennt man ja. Die Scheiße. Hier beim Quarry ist eigentlich auch immer Action, ne? Das Quarry hat übrigens Debitor gebaut. Ich hab schon wieder Schritte gehört, Mann. Paranoidus rectus, ey. Da vorne rennt einer. Falsche Waffe. Was? Digga. Mach mir nicht so blöd von der Seite an, ne? Weißt du, der trifft, der ist so schlecht. Und kriegt das nicht geschissen gerade. Aber er hittet mich trotzdem zweimal. Hä? What the fuck? Was ist das denn? Oh, der Kubik Z. Oh, ne. Ja, ohne Scheiße. Ich hab halt auch echt das Gefühl, dass das Bots sind. Ich weiß... Ich kann mir das aber eigentlich nicht vorstellen, oder? Also, ich wüsste jetzt nicht, dass man auf dem PC gegen Bots spielen kann. Das wär mir neu. Okay. Okay. Das kann ja mal einer googeln, ob es da irgendwas Neues gibt, so Richtung Bots. Ob die jetzt irgendwie Bots eingebaut haben, aber... Da hätt ich was mitgekriegt von. Also, ich kann mir... Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber... Ne, gerne mal googeln oder sowas. Mal Bescheid sagen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Hm. Ja, genau. Also, bei der mobilen... Bei der mobilen Version gibt es Bots. Das weiß ich. Aber doch nicht hier. Zumal wir ja vorhin auch einen hatten, der uns richtig gekillt hat. Hier oben wangert welche. Habt ihr das auch gehört? Irgendwo war hier fette Action. Mann, lass mich hier durch. Ah. Ich suche die Action. Ich bin bestimmt gleich tot. Weil ich viel zu weit gelaufen bin und einfach an dem Typen vorbei bin. Ah ja. Ah ja. Du bist ein Arschloch. Wo? Ah, ein Fenster da unten. Alles klar. Ganz da hinten ist auch noch einer. Problem ist... Hier oben halt auch noch irgendwo, ne? Aber wo? Ah ja. Oh, das ist auch ein Treierhelm gehabt. Geil. Oh. Nice. Also, ich bin etwas, ne? Und so. Oh, dann ist er schon... Oh, fuck. Ich weiß nicht, was das ist. Aber läuft bei uns gerade. Kann man nicht meckern. Ne? Da kann man nicht meckern. Und ich weiß, dass da unten noch irgendwo gleich einer kommt. Weil da hinten... Der ist nämlich gerade hinten gesleeft. Da ist er doch. Nice. Okay. Noch mehr? What? Ah ja. Okay. Was ist hier los? Also, irgendwann ist das schief. Also, irgendwann ist das gehörig schief. Ich mach doch nicht sieben Kills in einer Runde. Jetzt mal ehrlich. Als ob. Bin ich überhaupt noch online? Nicht, dass hier Telekom wieder offline geht, weißt du? Und dann... Wurden die ganzen Spieler durch Bots ersetzt. Und ich bin weiter frohlich am Zocken die ganze Zeit, weißt du? Oh, ich hab hier eine ziemlich beschissene Position, merke ich gerade. Ah ja. Auf wen schießt der? Im Haus irgendwo? Oh. Ja. Scheint so. Hat er den jetzt? Oh ja. Fuck. Wir bräuchten halt echt was zum heilen, ne? Das wär halt schon ganz geil gewesen, wenn wir zum heilen hätten, aber... Ihr Klopter ist hier grad nicht viel zu machen, wa? Boah, wir chillen hier erstmal unsere Base. Ich mein, wir sind in der Zone drinnen, von daher... Nach mir die Sintflut, sag ich mal, ne? Oh! Geht da keiner hin? Das riskiert doch bestimmt gleich jemand, oder? Als ob da keiner hingeht. Okay, da wollen die Leute vielleicht wirklich nichts mehr riskieren, jetzt so kurz vorm Ende. Na, wer weiß. So, eigentlich hätte ich gedacht, dass da jemand ist, der hat richtig Eier und geht da jetzt hin. Okay, Zone kommt. Ich denke, dass wir bei der nächsten Zone moving müssen, was sehr schade ist, weil wir eine echt geile Posi haben hier. Von hinten kann nichts kommen. Also quasi nur von links, von rechts, von vorne haben wir auch Schutz. Naja. Guck mal da. Sag ich doch. Ja! 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 Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung, aber das sind auch keine guten Spieler scheinbar. Aber das ist mir scheißegal. Da rennt auch noch einer. Siehst du das? Fuck. Dann können wir riskieren bei nichts. Wir sehen ja, wenn er losläuft. Oh ja. Hier kommt bestimmt gleich was runter, wa? ать mal. Da. Und das ist mir die Krisekantein, das ist mir schade. Und dann können wir es mir hier. Und das ist mir hier hin. Und das ist mir ganz schön. Und das ist mir ein bisschen da. Und das ist mir da. Und das ist mir das. Und das nicht so. Und das ist mir da. Da kommt er. Nein! Fuck! Da hätte ich eine andere Knarre nehmen müssen. Mann, der Achtversucher war scheiße dafür. Aber warum? Alter, wir haben acht Kills. Warum? Was ist da los? WTF? Ja, das war UMP. Ja, was willst du da machen? Wie gesagt, der Scope war scheiße. Ich weiß nicht, ob wir ein anderes Scope noch dabei hatten. Aber what the fuck? Warum haben wir so viele Kills gemacht? Ich google das jetzt gleich. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, das wäre vielleicht die beste Chance auf einen Chicken-Länder gewesen. Aber ich musste warten, bis der Typ gekommen ist. Weil der hätte uns in den Rücken geschossen. Also er hätte uns so oder so gekriegt. Auch wenn ich den Fight jetzt nicht gesucht hätte. Ich mache hier gerade mal aus.